Hallo zusammen und Vala du Heides, darum bin ich hier. Es geht um Game of Thrones Staffel 5, Episode 6 mit dem Titel Unbought, Unbanned und Unbroken. Also worum geht's, was ist passiert? Wir haben eine Menge einzelne Geschichten und es geht vor allem um persönliche, um einzelne Schicksale und wie sie persönlich betroffen sind, wie sie getroffen werden teilweise auch und ich fange einfach mal an. Es geht los mit Arya, ich bin so froh, endlich geht's weiter und wir lernen ein bisschen von ihrer Ausbildung. Jedes Mal, wenn sie gelogen hat, hat er zugeschlagen, einfach zur Strafe, um ihr zu zeigen, ich weiß, dass du lügst. Obwohl sie schon leicht deprimiert sein dürfte, dieses Game of Faces verloren zu haben und von Jakana gar gesagt zu bekommen, dass sie nicht bereit ist, ein Niemand zu werden, gibt sie trotzdem nicht auf und dann als dieser eine Mann seine Tochter hereingebracht hat und niemand anders da war, hat sie sich zu ihr gesellt, nachdem der Vater sie natürlich angesprochen hat, und hat sie angelogen und das nicht zu knapp und hat ihr dann deutlich gemacht, pass auf, trink aus diesem Brunnen und du wirst geheilt sein. Letztlich fühlte er das, wie wir bereits wissen, natürlich zu ihrem Tode und der Vater wusste auch, worauf er sich hier einlässt. Und das hat Jakana mitbekommen, hat gesagt, alles klar, jetzt bist du bereit zumindest, jemand anders zu werden. So, er führte sie in die Hall of Faces und das war ein, mein Gott, also der Raum war ja riesig. Ich meine, wir haben vorher schon gesehen, dass dieses Haus anderen für sich riesig war. Und dann von innen nochmal zu sehen, mir war deutlich klar, dass das Gebäude viele verschiedene Ebenen haben wird und wir werden auch noch hoffentlich viele verschiedene andere Dinge sehen und in dem Fall diese unglaublich perfekt restaurierten Körper und Gesichter. Worauf ich mich dementsprechend dann auch freue, wird die Sache sein, dass, wir konnten es bei Jakana gar ein paar Mal sehen, wie er sich das Gesicht einfach so abzog. Bei ihm sah das fast aus wie Zauberei. Letztlich ist es ein einfacher Handgriff und ein Prozess. Das heißt, sie soll also nicht, wie von Jakana gesagt, ihre Ohren, ihre Nasen, ihre Zunge verlieren, sondern eigentlich quasi nur ein neues Gesicht aufsetzen. Und ich hoffe, wir bekommen in der nächsten Episode zu sehen, dass sie einen ersten Aufschlag bekommt und jemanden umbringen soll. Was mir besonders gut gefallen hat in dieser Episode war vor allem der Übergang. In der einen Szene sagt Jakana gar noch zu Arya natürlich, we never stop playing. Das heißt, es hört nicht auf, wir machen immer weiter. Also es geht auch über den Tod hinaus letztlich. Und die nächste Szene springt einfach zu Jorah, wo er dann seinen Arm zu sehen war mit diesen Grauschuppen am Arm. Und hier wird das Ganze schon leicht sentimental. Wir kommen nämlich zu der Szene, in der Tyrion im Gespräch mit Jorah einfach nur erzählt, dass dessen Vater ein besserer Mann gewesen ist, als er sein eigener war. Er musste seinen umbringen, weil er so ein Arsch ist. Und der Lord Commander Mormont hingegen, er kümmert sich tatsächlich um seine Leute. Ihm war es wichtig, was aus ihnen passiert. Er wollte sie ausbilden, trainieren und vor allem auch am Leben erhalten. Und dazu sagte dann Tyrion, er zitierte diesen Satz aus der Nachtwache, We shall never see his like again. Das Ganze war für mich eine der tollsten und schönsten Szenen in dieser Episode. Denn wir müssen uns einfach mal vor Augen halten, Jorah lebt schon so lange im Exil. Er hat einfach nicht mehr diesen Draht zu seiner Familie. Und nun steht er da, ein Mann, der in einer militärischen Familie aufgewachsen ist und seine Gefühle immer sehr nah bei sich gehalten hat, der sie nie wirklich groß zum Ausdruck gebracht hat und nun mit einer der schlimmsten Neuigkeiten konfrontiert ist, die er jemals erfahren hat. Er weiß jetzt, er kann nie wieder seinem Vater in die Augen sehen und sich vielleicht für das entschuldigen, was er getan hat. Er hat dann einfach diese ganzen Emotionen in seinem Gesicht verarbeitet. Also das war unglaublich gut gemacht, auch vom Schauspieler selbst. Man hat da so viel reininterpretiert. Diese Szene sollte natürlich auch sehr viel Sympathie von uns mit ihm erzeugen. Jetzt muss man sich auch noch vorstellen, dass diese ganze Szene natürlich noch viel grausamer für ihn gewesen ist, denn er hat jetzt keinen, mit dem er mal darüber reden konnte, außer Tyrion Lannister, mit dem er nun nicht unbedingt gerade so über Herzensangelegenheiten sprechen könnte. Allerdings bin ich sicher, dass diese Szene und vor allem auch danach diese Versklavung oder ihre Gefangennahme sie doch sehr zusammengebracht hat und ich denke, genau diese beiden Sachen werden die beiden in Zukunft eng aneinander führen. Doch müssen wir uns nochmal vor Augen halten, er ist infiziert mit diesen Grauschuppen, mit dieser Krankheit und sagt sich, nachdem er halt das Ganze irgendwie verarbeitet hat, sagt zu Tyrion, keep moving, wir gehen weiter. Genau das ist es, was den Lebenden übrig bleibt. Das, was sie von den Verstorbenen mitnehmen, ist letztlich, dass sie einfach nur weitermachen können. Wir müssen weitergehen, we never stop playing. Was ich mich in meinem Video zur letzten Episode gefragt habe, wurde heute ganz einfach beantwortet und zwar die Frage, wie schaffen es die beiden jetzt einigermaßen zügig nach Mirren zu Daenerys und zwar, sie werden gefangen genommen, fand ich super und vor allem fand ich ganz besonders toll in dem Moment, als dieser Typ die beiden gefangen genommen hat und sagte, okay, passt auf, tötet den Zwerg und wir verkaufen seinen Schwanz. Das war ein herrlicher Flashback für mich, dann er sagte, eines Zwerges Schwanz bringt Glück, so darum verkaufen wir das Ding. Und genau das ist es ja, was Tyrion selbst in, ich glaube, der dritten Episode zu dem Typen vor dem Bordell gesagt hat, als er in Volantis war. Der Typ reibt seinen Kopf und sagt ihm, äh, Zwergenköpfe reiben bringt Glück. Und Tyrion antwortete, den Schwanz eines Zwerges zu lutschen bringt Glück. Was mir in dieser Szene noch ganz besonders gut gefallen hat, war dieses Grinsen, ich blende das hier mal ein, dieses Grinsen von dem Sklaventreiber, als er erfahren hat, dass Jorah ein grandioser Kämpfer ist und für ihn in den Kampfgruben kämpfen würde. Er geht nämlich davon aus, dass dort nach wie vor nur Sklaven kämpfen würden, obwohl Daenerys, wie wir wissen, natürlich gesagt hat, nein, nur freie Männer dürfen dort kämpfen. Und ihm wird dieses Grinsen so dermaßen aus dem Gesicht geschnitten werden. Also das wird super, ich freue mich darauf. In Dorne geht es in meinen Augen doch sehr amüsant weiter, denn als Jaime und Bronnort ankommen, unversehrt in den Wassergärten und schaffen es sogar direkt, Myrcella und Entferluchten zu finden, stellen die beiden sich einander vor und Jaime gibt ihm nur die Linke an, er kann ja nicht anders. Ich glaube, ich persönlich fände sowas schon nahezu irgendwie komisch, seltsam, wenn nicht gar unhöflich. Und in dem Moment macht er es einfach und es war ihm egal. Und plötzlich kommen die Sandsnakes ins Spiel, also sie waren gleichzeitig angekommen. Ich dachte wirklich, die würden vorher mal aufeinandertreffen. Stattdessen passiert es genau in den Wassergärten, wo die halt auch hinwollten. Sie wollten auch Myrcella entführen und es gelingt ihnen. Hat mich ein bisschen geärgert in dem Moment, denn eigentlich war diese Kampfszene zwischen den beiden gegen die drei, es war einer der schönsten Kämpfe seit einer längeren Zeit. Ein schön anzusehender, ausgeglichener Kampf. Unglaublich super anzusehen, wie Bronn das sogar gegen zwei von denen schafft. Sie werden ja gefeiert für ihre Kampfkünste. Und trotzdem schafft er es gegen zwei von ihnen, wobei die eine noch mit der Peitsche um sich schlägt. Und Jaime war sehr in der Defensive, wie ich geahnt habe, nicht wirklich effektiv im Kampf. Hat es aber zumindest geschafft, lang genug am Leben zu bleiben, bis zum Auftritt von Arjo. Er ist der Mann, der Prinz Doran beschützt. Und als Doran ihn gefragt hat, weißt du überhaupt noch, wie man mit der Axt kämpft, sagt er, yes, I definitely remember how to use my axe. Und als er dann seine Axt an den Hals von Jaime gehalten hat und sagte er ihm, when you were whole, this would have been a good fight. Kommen wir zu Jaimies Schwester Cersei. Was ist passiert? Zunächst einmal bekommt sie Besuch von Peter Baelish. Er ist vor, ich glaube, zwei Episoden losgereist, endlich bei ihr angekommen und erzählt ihr von der Geschichte mit den Botans, dass die jetzt vorhaben, Sansa zu heiraten und dadurch den Norden nochmal für sich zu erschließen. Er begeht also wieder mal Verrat an den Botans und erzählt ihr, er sei immer loyal gegenüber der Krone. Was wir aber nicht vergessen dürfen ist, Peter Baelish, Kleinfänger, ist immer nur loyal, sich selbst gegenüber er dient, niemand anderem als sich selbst. Und obwohl Cersei von sich denkt, sie hätte die ganze Situation unter Kontrolle, liegt es ganz anders. Peter manipuliert sie auf seine raffinierte Intrigeart und sagt ihr einfach, okay, pass auf, meine Leute erledigen den Rest. Also das heißt, Stannis und die Botans werden gegeneinander kämpfen. Im Endeffekt hat er vor, mit seinen Männern dort einzumarschieren, den Sieger platt zu machen und angeblich die Banner der Lannisters zu hissen. Das, davon gehe ich sehr stark aus, wird er nicht tun. Falls es zu allem kommt, was er hier ankündigt. Jedenfalls lässt er die Botans alleine stehen, das macht er wie immer sehr, sehr raffiniert. Was mich an dieser Stelle doch sehr gewundert hat, war, zunächst mal die Dreiszeit vor Cersei diesen Preis zu verlangen. Er will Wächter des Nordens werden, wenn er ihr dafür den Kopf von Sansa Stark bringt. Ich denke, einerseits wird er das gar nicht unbedingt tun wollen, andererseits frage ich mich, warum braucht er deren Einverständnis. Ich meine, er muss doch langsam auch sehen, dass es denen an den Kragen gehen wird. Und drittens, wieso ist Cersei so bedingungslos damit einverstanden? Sie vielleicht ein, noch am selben Abend mit ihrem Sohn darüber zu reden und zu sagen, ja, machen wir so. Also, das checke ich einfach gerade nicht. Ich frage mich, warum? Ich meine, wieso vertraut sie ihm auf einmal so sehr? Die andere Geschichte in King's Landing ist einer der Höhepunkte der heutigen Episode und zwar das Gericht für Loras Tyrell, wo der High Sparrow ihn wegen diverser Verbrechen anklagt. Loras verneint diese Verbrechen, selbstverständlich. Und auch Margaery wird gefragt und sie schwört vor den Göttern ebenso, dass er dieses Verbrechen nie begangen habe. Sie wüsste davon, dass er das nicht getan habe. Und dann kommt Oliver ins Spiel. Falls ihr das bemerkt habt, ich weiß nicht, mir ging es so, er hatte so ein Grinsen im Gesicht, als würde er sich freuen, Cerl Loras anzuprangern. Ich denke, er erwartet dabei irgendein Ergebnis. Irgendwas kriegt er Gold von Cersei, bekommt er irgendwie eine mildere Strafe von den Sparrows. Ich bin nicht ganz sicher, aber im Endeffekt müsste ihn ja genau dieselbe Strafe erwarten wie Loras, denn schließlich lagen die beiden ja miteinander im Bett. Auftritt Oma Tyrell, also Olena, sie konnte es nicht fassen. Ich meine, sie ist extra angereist und versucht, ihre Familie hier zu befreien und muss nunmit ansehen, wie nicht nur Loras, sondern auch Margaery inhaftiert wird. Und dieser Blick, dieser letzte Blick, den Olena Tyrell dort Cersei zugeworfen hat, der hat so viel gesagt, der kündigt so viel an. Vergesst nicht, Olena war dafür verantwortlich, dass Joffrey vergiftet wurde. Sie war Hauptverantwortliche mit Peter Baelish zusammen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass sie ihn abermals ansprechen wird, dass die beiden was gegen Cersei unternehmen. Allerdings frage ich mich natürlich, inwieweit Baelish daran Interesse hat, dort mitzumischen. Ansonsten wird es alleine von ihr ausgehen. Und außerdem erwarte ich auch mal langsam, dass sie ihre gerechte Strafe für ihren Inzest bekommt. Die Episode begann mit der einen Stark und endet mit der anderen. Sansa ist nach wie vor in Winterfell und der Auftakt war so, dass sie dann von Miranda gewaschen und gebadet wird und sie versucht, ihr Angst zu machen und erzählt ihr halt, was für ein grausamer Kerl Ramsay eigentlich ist, was er schon alles mit seinen Bräuten abgezogen hat. Doch hier fand ich toll, wie Sansa einfach darüber stand und sich hat nicht ängstigen lassen. Ich dachte wirklich jetzt, sie steht da ganz stark hinter und sie packt das alles und dann kommen wir zu dieser Hochzeit. Und das war irgendwie ein schönes und gleichzeitig schreckliches Bild. Also sie hatte ein wahnsinnig tolles Kleid an, aber wenn man die Gesichter gesehen hat während dieser Hochzeit, es hat sich irgendwie keiner gefreut. Es waren, alle hatten endlich schreckliche Angst davor, waren angewidert davon oder hatten einfach keine Lust darauf. Der Einzige, der hier gelächelt hat, war Ramsay Bolton. Und ich wünsche mir so sehr, dass ihm langsam mal dieses Gesicht aus seinem Kopf geschnitten wird, weil es ist... Oh, ich kann es nicht mehr sehen. Und wenn ich wirklich Glück habe, wird mein Wunsch auch sehr, sehr bald erfüllt. Denn die Schlussszene, das war wirklich der Höhepunkt der Szene und ich bin auch ziemlich sicher, der Höhepunkt von dem, wie Sansa überhaupt nur gefoltert werden konnte. Sie hat diesen Mann nun geheiratet und kurz darauf beginnt er, sie zu vergewaltigen. Aber er zwingt Theon, beziehungsweise Stinker, im Raum zu bleiben. Er schlägt ihr zweifelig mit einer Klappe, er schafft es beide zu foltern. Sie auf physische und ihn auf psychische Art. Ich fand das auch toll gemacht, wie dann die Kamera sich bewegt hat. Von ihrem zunächst noch sehr gequälten Gesicht, nachdem er hier schon dieses Kleid zerrissen hat, zu dem dann sehr, sehr tränenerfüllten Gesicht von Theon. Und ich habe hier wirklich Mitleid bekommen. Und ich habe es so dermaßen nachempfinden können, wie sie beide völlig getränt voneinander auf brutalste Art gequält wurden. Und er dann mit ansehen musste, wie ihr das passiert. Und in ihm kommen die ganzen Gefühle und Ängste wieder hoch. Also ganz ehrlich, er ist noch er selbst irgendwo. Da ist er tief drin und nachdem er selber so viel ausgehalten hat, schafft er es nicht mit anzusehen, wie diese Frau, mit der ja zusammen aufgewachsen ist, wie ihr nun so der Grausames angetan wird. Und ich bin sehr, sehr optimistisch, dass er dort endlich bald eingreifen wird. Ich hoffe es so sehr, dass er nicht den Schwanz einzieht und dass er es auch packt. Jetzt mussten wir da durch, alle gemeinsam. Es war schrecklich mit anzusehen. Und ich frage mich, kümmert sich Peter Belich eigentlich um sie? Ist es ihm wirklich wichtig, was aus ihr wird? Oder ist sie tatsächlich auch nur eine Spielfigur für ihn? Was denkt ihr? Also wie wird das Sansa ergehen? Wird sie das Ganze überhaupt überleben? Was sind eure Erwartungen? Schreibt es mir bitte in den Kommentaren. Und beantwortet mir doch bitte die Frage, was denkt ihr, wird Olenna Tyrell als nächstes Unternehmen, um ihre Familie zu befreien? Erzählt mir von euren Gedanken. Ich freue mich sehr auf die nächste Woche. Wir sehen uns dann auch im nächsten Video. Bis dahin, lasst mir doch ein Abo da. Folgt mir auf Twitter, auf Facebook. Und ich sage nur noch, Vala Morguls!